Hallo Leute und willkommen zu einer neuen kleinen Talkrunde der Tabletop-Rebellen, heute über das Thema Sterben von Charakteren. So, wie seit neuestem üblich bei uns, bitten wir euch natürlich, unsere Videos zu liken, unseren Kanal zu abonnieren. Macht das am besten am Ende des Videos, dass ihr auch überzeugt seid, dass wir euch das bieten, was ihr wollt. Also, viel Spaß dabei. Ja, Charaktertod im Spiel. Ist so eine Sache, ist momentan ja so ein großes Thema, wo viele sich drüber streiten. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, bei meinen Spielern ist bisher nur ein einziger Charakter tatsächlich gestorben. Ähm, der hat es auch drauf angelegt. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, meine Spieler sterben überhaupt nicht, äh, sondern mehr so, ich möchte als Spielleiter es vermeiden, dass meine, äh, Spieler sterben. Weil sie haben ja sehr viel Herzblut in die Charaktere gesteckt, je nachdem Geschichten geschrieben und alles drum und dran. Und sollen natürlich auch damit dann zufrieden sein und spielen können und nicht wegen, äh, ja, irgendeinem blöden, verpatzten Wurf oder sonst was gerade, äh, das Zeitliche segnen. Kommt natürlich auch aufs Spielsystem an, klar. Ja. Ähm, aber ich, ich bin da doch sehr kollegial. Andererseits muss ich einfach sagen, wenn jemand wirklich, wirklich es auf Teufel komm raus, darauf anlegt, sterben zu wollen, soll er halt sterben. Das ist dann, das ist sein eigenes Problem dann. Ja. Ähm, ich sag mal, ähm, sterben als Mütter. Mittel zur, ähm, ja, zur Erziehung der Charaktere war bei mir bisher noch nicht möglich, äh, nicht nötig. Meine Spieler haben immer ihre Charaktere bisher so gespielt, dass, äh, sie gewusst haben, ja, ich kann mir, ich kann, äh, spielen, ich kann kämpfen und so weiter. Ich brauche jetzt nicht gerade Angst zu haben, dass ich beim ersten Schlag kaputt gehe. Okay, aber sie haben trotzdem schon von sich aus direkt immer ein gewisses, eine gewisse Vorsicht walten lassen und wollten auch nicht, das riskieren, dass ihre Charaktere sterben. Sondern wenn ich jetzt einen Spieler hätte, der, äh, ja, dem es egal ist, ähm, da wär's vielleicht nochmal was anderes, weil, äh, da musst du ihm halt mal zeigen, hier, Junge, so geht's halt nicht. Ähm, wobei ich selbst dann vorher nochmal mit ihm immer sprechen würde. Und mal hier, beim nächsten Mal solltest du vielleicht ein bisschen, oder willst du es unbedingt so, dass dein Charakter stirbt, wenn du Scheiße baust, dann, äh, ist okay. Hey, mein Gott, ähm, wenn du so gerne Charaktere baust, kriegen wir auch hin. Alles möglich. Ja. Das stimmt. Wie ist es denn bei dir? Mir fällt dazu eine Begebenheit ein, die wir mal in einem Spiel hatten. Ähm, wir haben das John-Sinclair-Abenteuer-Spiel gespielt. Ähm, und wir hatten direkt beim ersten Abenteuer am Ende einen Gruppen-Wipeout. Weil, äh, der Spielleiter hat uns gewarnt, mehrmals, also er hat sehr deutlich gefragt, seid ihr sicher, dass ihr gegen das große, böse, schwarze Skelett kämpfen wollt? Seid ihr euch wirklich sicher? Er hat uns sogar auf Verteidigung würfeln lassen, wir hätten nicht genug Erfolge würfeln können, soweit ich mich richtig erinnere, um das zu schaffen. Aber, er hat uns, ich sag mal, die Illusion einer Chance gelassen, ähm, und es hat uns einfach alle getötet. Das war einfach, äh, das war, wenn man sich mit John-Sinclair auskennt, was die meisten in der Gruppe leider nicht taten, war das... Video läuft wieder richtig. Ja, ja, wir haben dann halt nochmal mit anderen Charakteren quasi, ähm, und uns dann beim nächsten Mal nicht mit dem großen, bösen, schwarzen Skelett angelegt. Da hatten wir, wir waren aber noch nicht so, ähm, emotional, wir hatten noch nicht emotional in die Charaktere investiert, also ich zumindest nicht. Also ging das, und ich, bei mir passiert das eigentlich relativ schnell, dass ich das tue. Ähm, deswegen, also, ich mein, wir hatten es verdient. Ich gebe das offen und ehrlich zu, es war eigene Dummheit von, von uns Spielern. Ähm, das muss dann auch bestraft werden, das ist dann halt so. Ähm, aber ansonsten, ich sag mal, die Charaktere, grad wenn sich jemand die Mühe macht, da viel sich über den Hintergrund auszudenken, und, ähm, ich hab, kenne den einen oder anderen, der auch wirklich sich dann hinsetzt und eine schöne Geschichte schreibt und sowas, ähm, dann soll der Charakter nicht bei jeder Kleinigkeit sterben können, meiner Meinung nach. Also, wenn, wenn es zum Charakter passt und es irgendwie ein epischer Moment ist und das vielleicht zu der, zu der Geschichte passt, und man das abgesprochen hat mit dem Spieler, dann ist das was anderes. Dann kann man den Charakter auch sterben lassen. Oder wenn es halt innerhalb eines, eines, ähm, Endgegnerkampfes passiert und der vielleicht dabei irgendwas Cooles macht, um sich zu opfern oder so ein Kram, dann, ich finde, dann hat das zumindest einen Sinn. Aber wenn der, wenn wir jetzt, was weiß ich, die Straße entlang gehen und der Charakter stolpert, fällt auf den spitzen Stein und ist tot, das ist ernüchternd. Nennen wir es ernüchternd. Das stimmt. Ja. Also, es ist so eine Abwägungssache immer. Ja. Den Fall mit dem epischen Ende hatten wir ja erst bei unserer Raph and Glory-Runde. Genau, ich hatte da aber auch das Gefühl, dass du sowieso schon den Gedanken hattest, einen anderen Charakter zu bauen und eine andere Art von Charakter zu spielen sowieso, dass du das sowieso im Hinterkopf hattest und dass du dann gedacht hast, okay, das ist zumindest ein cooler Abgang für den Charakter. Ja, also, ich hatte eine Charakteridee, genau, wo ich gedacht habe, hm, das wäre nicht schlecht, man könnte mal ein bisschen, ähm, aber ich sag mal, ich, wäre die Situation anders gewesen, hätte ich es wahrscheinlich nicht bei dem mal gemacht, sondern hätte ich noch ein bisschen gespielt. Ja. Es hat aber einfach von der Storyline, hat es wunderbar gepasst und deswegen habe ich gedacht, komm, ist egal, zieh es jetzt durch. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, je nach Spiel und je nachdem, wie gerne ich den Charakter mochte, wenn der dann sterben würde, würde ich vermutlich mit dem Spiel aufhören. Ich hätte keine Lust, mir nochmal einen neuen Charakter zu bauen. Je nachdem, wie sehr ich in den Charakter sowieso schon investiert hatte. Und das dann halt nochmal zu tun für dasselbe Spiel, wo wieder dasselbe passiert. Weißt du, das ist so, also es könnte sein, dass ich dann, ähm, je nach, äh, je nach Runde aussteigen würde, einfach, weil ich, okay, gut, dann ist die, der Arg von dem Charakter ist zu Ende, dann ist für mich quasi auch der, der Arg in dieser Geschichte, ähm, dann, äh, bin ich erstmal raus. Weil, aber, äh, da bin ich aber auch wieder jemand, eben, ich bin sehr emotional investiert in meine Charaktere. Ich, das sind alles meine kleinen Babys, so ungefähr, ähm, und ich will meine kleinen Babys natürlich vor jedem, vor allem Schlechten beschützen. Deswegen, ähm, äh, ist halt so, ich, ich persönlich hänge sehr an meinen Charakteren. Deswegen, ähm, würde ich das, ich sag mal, je nachdem, wie ein Spielleiter das aufbaut, würde ich das sogar eventuell übel nehmen, ähm, wenn es halt so einfach aus dem Nichts käme oder sowas. Das würde ich tatsächlich übel nehmen. Kann ich verstehen. Also, je nachdem. Ich habe auch so das ein oder andere Spiel, was über Jahre ging, ähm, wo ich tatsächlich sogar miterlebt habe, wo andere Charaktere, die genauso lange mit mir gespielt haben, ähm, vom Spielleiter gesagt wurden, so, ähm, ja, das war's. Sorry. Und das war auch nichts, was, wo er vorgewarnt hat, sondern einfach nur so dieses Prinzip, ja, ich habe euch gesagt, diese Sache ist gefährlich und, äh, ihr habt es trotzdem gemacht, dann müsst ihr mir die Konsequenzen nehmen. Ähm, ja, prinzipiell, ja, aber, äh, da haben wir, haben wir doch am Tisch gesessen, haben darüber dann am Ende diskutiert, weil wir gedacht haben, wäre es jetzt mir passiert, ich hätte dann auch keinen Bock mehr. Also, so aus einem heiterem Himmel dann, mehr oder weniger heiterem Himmel, äh, alles vorbei und, äh, die ganze Arbeit, die ganze, äh, Stufen, Kämpferei da, dass du mal einen vernünftigen Charakter da hast und dann Puff und Tod. Ja, und das ist so dieses, nur weil ein Spielleiter sagt, das ist gefährlich, ich meine, man macht ja Rollenspiele, also man, man kommt ja in alle möglichen gefährlichen Situationen, also wäre es jetzt normalerweise nichts, was einen abhalten würde, weil es geht ja darum, gefährliche Situationen zu meistern. Deswegen, das ist, äh, wir spielen ja Helden in den meisten Spielen, so, von daher, ja. Du wärst kein Held, wenn du dich nicht in gefährliche Situationen bringen würdest. Richtig, deswegen, das ist, äh, war dann vielleicht etwas schwammig formuliert vom Meister vorher. Ja. Da ist jeder anders eingestellt fühlt, also, da gibt's halt diese, diese zwei Lager mit, die einen finden das super, die anderen finden das uncool. Genau. Also, ich meine, man muss den Charakteren schon, äh, man muss schon zeigen, dass die Situationen gefährlich sind, dass die Charaktere auch sterben können, aber, ähm, ähm, ich finde, man muss es nicht immer bis zum Schluss dafür durchziehen. Genau. Sondern im Endeffekt könnte man sagen, ähm, sprecht euch miteinander ab, am besten sogar im Vorfeld, wie wollt ihr die ganze Sache handhaben, wie denkt ihr euch das Spiel zu spielen? Ähm, seid ihr so eingestellt, dass ihr, äh, auf Teufel komm raus, äh, klare Richtlinien haben wollt? Und wenn's so ist, dann ist es so? Oder, äh, seid ihr Charakterspieler, die, äh, denen es doch am Herzen irgendwo doch wehtut, wenn sie ihre Charaktere verlieren? Dann, äh, klärt das vorher, damit es im Nachhinein kein böses Blut gibt. Jetzt seh ich dich wieder bewegend, das Internet hat wieder gehangen. Deswegen, ich hoffe, du hast nicht auf eine Antwort von mir gewartet. Nein, war alles gut, alles kein Problem. Okay. Ähm, wäre nur die Frage, willst du noch was zufügen? Ähm, ich meine, ich hab alles gesagt, was ich sagen wollte. Gut, das geht mir ebenso und dann nehmen wir das auch, um dieses Video mal wieder zu beenden. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sagen an dieser Stelle, ciao, ciao. Bis dann. 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 Bis dann.